So, willkommen zu meiner ersten Folge am ersten Spieltag im Pokal Benfica gegen RB Leipzig und ich werde auch weiterhin OSM Videos bringen und jetzt gucken wir mal wie das Spiel ausgeht. Pausen schießt also oder köpft aufs Tor und der Ball geht daneben. Nein, ein Schuss von, keine Ahnung, Wernhard, der Torwart, verhindert dies, Gegentor. Forsberg vergebene Chance, Pausen mit dem Schuss daneben oder halt gehalten. Gute Parade des Keepers. Kampel mit der Gamekarte. Halbzeit. So, jetzt geht's auch weiter. Pausen mit dem Schuss und der Keeper schon wieder mit der guten Parade. Jetzt die Gegner mal. Benfica daneben. Tolle Arbeit des Toppels. Kampel, Werner schießt aufs Tor und 1-0 RB Leipzig. Und sie erhöhen auf 2-0. Jetzt Kopfball. und Trojiter halt. Die Gegner noch mit nem Schuss. Der Ball geht aber auch daneben. werner gelb pausen schade er hat den ball an die latte gesetzt jetzt noch mal forstberg hallo